Wenn du so weit bist. Wo war ich denn stehen geblieben? Das war fertig. Ja, wo waren wir stehen geblieben? Das ist die Frage. Achja, ich wollte ja hier Motoren bauen, stimmt. Geht's denn nicht mit den Motoren? Brauchen wir die nicht später? Und vorhin zumindest möchte ich auch hier ein Buggy, damit ich mal umher fangen kann. Hatte nicht jeder das Glück, so wie du, cool zu spawnen? Ja. Ach, da würde ich hier oben weiter bauen. Da fühle ich mir wieder Wald ist. Oh Gott, was mache ich denn hier jetzt hier für ein Quatsch? Weißt du, kaum geht's los, ich mach Quatsch. Ah, wieder sich reindenken, ne? Ja. Aber gut, nützt ja nix. Hm. Okay. So, das muss da hin. Mal gucken, ob's so funktioniert. Wo fließt man da brauche ich? Oh, fließt man da brauche ich. Oh, fließt man da brauche ich. Huch. Warum baue ich den Fließbänger? Weil du gesagt hast, du brauchst welche. Hehe. Ich auch nicht. Naja, aber auch total unnötig, ne? So, das kommt da hin. War das jetzt schon wieder 10 Minuten gerade? Kann doch nicht sein. Nee, ich hab ja mal nur eben Sprecher gehabt. Achja. Ja. Ähm. Ja. Das Moped, wie viel brauchst du denn einen? Wo ist denn das Auto? Da. Acht Motoren. Geht ja. Ja. Wo ist denn das Auto? Acht Motoren. Wo ist denn das Auto? Wo ist denn das Auto? Mh. Mh. Das ist eigentlich damals. Oh, gut. Ähm. Ja, dumm. Das ist das Übliche. Das ist das Übliche. Ich hab einen Motor auf dem falsches Schießband gelegt. Oh nein. Oh nein. Oh. 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 Was mach ich denn? Konzentration und so. So. Ein Auto. Da hast du das Sprit Auto, da hast du noch mehr Sprit. Das Auto möchte Munition haben. Ähm. Kann man einsteigen? Ja. Wie? Inter. Oh. Oh. Fertzer schwammig. Echt? Ja. Ist das Kacke? Oh. Oh. Das liegt daran wahrscheinlich. Aber ich hab die hieß allerdings nicht gesehen gehabt. Ähm. Wenn glaub ich, ab der Draht im Mittelalter hochdrehen, dann wird das besser. Ah. Naja. Jetzt zum. Ähm. Gegen den abchecken sollte das reichen, aber. So. Das Auto braucht auch Munition, ne? Ja. Schießt. Schießt man dann da auch mit der Taste einfach? Ja, ne? Ja. Okay. Dann. Muss ich wohl mal Öl suchen. Na früh. Oh. Ich brauch erstmal Granaten um den Wald vor meiner Basiswechsel machen, sonst komm ich hier gar nicht raus. Kann ich über die Mauer werfen? Krass. Autsch. Verdammt. Autsch. So. Oh. Ja. Das schwammige ist uncool. Ähm. Soll ich speichern, ob ich Server neu starten und gucken ob ich Unterdings ändern kann? Ähm. Ne. Noch nicht. Ich möchte erstmal noch ein bisschen rumjammern. Und. Ausprobieren. Ich wäre grad gegen Strom was gefahren. Das war halt dumm. Aber da stand doch echt im Weg. So. Jetzt kann ich ja hier stumpf gerade ausfahren. Das ist ja egal. Au. Achja. Mit dem Auto konnte man ja auch Bäume abreißen. Gegenfall oder so. Ja. Okay. Hier ist das große Kopfverfeld. Brauch ich nicht. Ist das Öl oder das Gegner? Verdammt ist ein Gegner. Verdammt ist ein Gegner. Ja. Und hinter dem großen Kupferfeld ist ein noch größeres Kupferfeld. Du strömst denn Kupfer? Hm? Du strömst denn Kupfer? Ja. Das Feld hier hat 8,5 Millionen und das andere 3,3. Müssen wir doch Handelsrouten einrichten. Tausche Kupfer gegen alles andere. Oh. Ich habe Irr gefunden. Oh. Genug oder? Ähm. 5.711 Prozent. Ja. Das ist wesentlich was meins. Oh. Ich Idiot habe das Auto abgebaut. Ähm. Ich wollte es nur reparieren. Auto forschen. So. Ja. Das Angebot läuft weiter. Auch nachdem das halt abgelaufen ist. Okay. Hm. Dann könnte ich ja überlegen ob ich es mir eine Mitternacht kaufe wenn... Oh oh. Kassen weg sind. Was machst du wieder alles kaputt? Oh. 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 Ich schmeiß Granaten auf das Alien-Nest. He. Wollte ich das Auto, ne? Nee. Hier gibt es echt gar nichts mehr. Ja. Oh oh. Oh 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 oh. Viele Aliens. Oh oh. 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 Oh oh oh. Oh. Na das ist ja einfach gerade. Mittern. Oh. Das war doof. Gut. Nee noch nicht. Ich sag immer es war doof und dann ist es alles weniger schlimm als gedacht. So ein bisschen auf die Munition achten. Oh ja. Oh. Da ist ein Wurm. Okay. Wie macht man am besten jetzt den Wurm weg? Mit dem Auto? Weiß ich nicht. Hält auch nicht so viel aus, ne? Und was ist das für ein Wurm? Großer, kleiner, mittel? Ah, dann konnte ich nicht sehen. Ich bin dass wir wieder geflohen und hol' neue Granaten. Ja. Ich nehme wir laden aus dem Wurm. Erstmal im Auto und dann gib ihm. Du bist ja ehrenzlichen Tag genau überall da wo das Ölfeld ist. War ja an sich abzusehen, ne? Ja. Und ein weiteres Problem ist dieser fette Wald von meiner Base. Der muss weg. Ja. Und ich sehe gerade, ich brauche mehr, mehr Platinen. Ne. Wie heißen die Dinge? Schaltkreise. Ach, da ist erstmal noch. Cool. Ja. Und, bietet noch ein weiteres Problem. Es kommen kaum noch Kupfergaule. Du als Kupferberon? Äh, nur außerhalb der Base. Oh. Mhm. Davor hab ich, äh, davor hab ich richtig belangst. Vor, außerhalb der Base? Ne, dass mein Kupfer alle geht. Hehehe. Ich hab noch nichts gespottet. Na gut, ich hab nen Plan, was ich tun kann, aber... Oh, dafür sollte ich nochmal eine Projektion aufbauen. Gut, dass ich mich dran erinnere. Ich sag eigentlich, mein Strom ist noch in Ordnung. Okay. Mhm. 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 So. Ich brauch Kanaten. Mhm. 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 ach so granaten ich vergesse auch alles so 300 müssen das mal reichen oder ok der weite schon mal weg jetzt brauche ich erzförderer oh volles inventar verdammt so 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 ach ja fröhlich rumforschen ne klappt bei dir jetzt auch alles automatisch ne naja gut gut ähm meine Durststrecke habe ich überwunden brauche ich auch noch ähm ach ja Fließbänder ja ja Das war's für heute. So. Nur noch nicht! Jetzt noch nicht! ähm strom diese öltanks in welchem bereich sind die denn? in welchem? ah da, schon gefunden gut so, Steiner kann Stahl, Reisen und Pfannen ich brauche unbedingt Reisen Reisen? ja, war ich richtig verlebst warte ich wo ist dann die Produktion ähm 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 ich suche auch grad diese komische Betonmauer ist glaub ich noch nie ah, Kampf ja Steiner, aber auch 5 Ziegel ok dann ähm 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 ja 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 ja